Ja, was habe ich mit der Zeit angefangen, die unfreiwillig zur Freizeit wurde? Für mich war es eine unglaublich stressige Zeit. Zum einen, weil ganz viel im Hintergrund organisiert werden musste, also angefangen vom Lieferservice über Telefondienst, den ich übernommen habe für beide Filialen, bis hin, dass ich zum YouTuber geworden bin und kleine amüsante Filmchen, die Sie alle nachsehen können, auf YouTube gedreht habe, was man machen kann, um die Langeweile zu bekämpfen. Und da stand natürlich im Vordergrund das Lesen. Also wir freuen uns natürlich auf Montag. Wir freuen uns darauf, die Kunden wiederzusehen, die ja im Buchhandel viel mehr sind als nur Kunden. Das sind ja alles irgendwie auch Freunde im Geiste. Darauf freuen wir uns. Wir freuen uns, uns auch bedanken zu können für das Vertrauen und auch die Sympathie und die Unterstützung, die uns in den vergangenen Tagen und Wochen zuteil geworden ist. Wir müssen noch einiges vorbereiten. Also es muss ja zum Beispiel die Theke so sicher sein, dass unsere Angestellten und Mitarbeiterinnen geschützt sind, ebenso wie die Kunden. Wir müssen dafür sorgen, dass Schilder aufgehängt sind, weil nicht immer so viele Leute gleichzeitig in den Laden dürfen. Und wir müssen natürlich auch wieder in den Alltag hineinfinden. Dafür werden wir jetzt das Wochenende nutzen, damit wir am Montag wieder so starten können, als ob nie irgendetwas anders gewesen wäre als bisher. Wir werden uns hier sehen.